Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Spielspaß und Spannung ohne Schokolade, weil die ist ungesund. Mit mir, dem Zinni und mit dem Salival. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Wafo. Spreche ich das eigentlich richtig aus, deinen Namen? Äh, also viele sagen Salival, manche sagen Salival, manche sagen Sully, also das ist eigentlich relativ egal. Okay, gut, dann würde ich sagen, der Server ist leer, dann joinen wir dring mal. Bin ich dafür. Okay, drei, zwei, eins, drauf. Anmelden. Bin drauf. Aha, bei mir dauert es wieder ein bisschen. Jetzt bin ich drauf. Sehr gut. Warte mal. So, du weißt, was ansteht? Warte mal. Oh. Was los? Das war hier nicht so. Doch, hier sind doch, hä? Ne, ich hab hier zugebaut gehabt und hier war eine Kiste von uns. Oder? Oh, ich weiß nicht, du hast dich da ein bisschen später ausgelangt als ich. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Noch. Ne, ne, ist alles gut. Alles gut? Ich glaube, ist alles gut, da ist unsere Kiste auf jeden Fall. Ne, warte. Ne, hier war jemand. 100 Pro. Hier hast du nicht frei gemacht, oder? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Warte mal. Hier war ja irgendwo unser Ofen und so weiter. Dann bin ich nach hinten gelaufen. Rechts, links, hintere. Doch, das hab ich frei gemacht. Okay. Äh, ja. Weiß ich nicht, ob jetzt jemand hier war oder nicht. Keine Ahnung. Ist aber auch egal. Ist ja jetzt keiner auf dem Server. Aber wir sind ja auch dann bald weg. Ja, wenn wir die vier Dias gefunden haben. Genau. Ähm, ja. Da würde ich sagen, machen wir uns nochmal auf die Suche. Jo. Ich geh mal ein paar Stockwerke höher. Alles klar, ich bleib hier unten noch ein bisschen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo etwas. Ich mach hier dann weiter. Das tut mir ein. Vier Stück brauchen wir, ne? Genau. Komm, es darf jetzt nicht so schwer sein, jetzt so vier Diamanten zu finden. Schön hier Lava irgendwo. So. Ah, Lava! Ah, okay, du hast sie gefunden. Darf ich mich doch gleich mal hier außen rum... Ich baue jetzt hier nicht Kohle ab, weil, ähm, so viel Level wie wir brauchen, das wird durch Kohle ewig dauern. Bestimmt. Weil wir wollen uns noch aufmachen in den Nether. Das möchte ich eigentlich heute noch irgendwie hinkriegen. Ja. Hier bei Redstone gucke ich mich immer um ein bisschen, weil neben Redstone ist auch gerne mal Diamant. Das habe ich auch gelesen, ja. Ah ja, der Standard-Skills hat mir einen schönen Rahmen für meine Facecam gemacht. Oh, okay. Die ich dann ab heute einsetzen werde. Mhm, mhm. So einen schönen wie ich habe? Nein. So schön wie deine, geht nicht. Oh ja. Alter Schleimer, ey. Das ist ekelhaft. Ach, quatsch. Oh man, das nervt ein bisschen mit diesen Scheiß-Diamanten. Wem sagst du das? Ich guck mal kurz auf welchen Level ich hier jetzt bin. Okay, eigentlich schon auf einem Super-Level. Zwölf. Das darf nicht mehr so lange dauern. Hm. Ich glaub's auch nicht. Das Eisen. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Nee, eigentlich haben wir genügend. Ist schon ein Zombie. Obwohl für, für... Nee, für Schwerter haben wir fast schon genug, würde ich sagen. Okay, ja, ich nehm noch ein kleines bisschen mit, falls wir unsere Schwerter vielleicht noch eventuell auf Verbrennung oder sowas verzaubern wollen. Ja, solange wir hier alleine auf dem Server sind, ist das ja alles, äh, ne? Easy. Wir sind übrigens unter den Top 30, seh ich gerade. Ja. Zum Glück. Freude. Eigentlich musst du ja jetzt die Diamanten finden, ich hab letztes Mal die ganzen gefunden. Ich geb mir Mühe. Ja. Ich dring dich mal ein bisschen an. Da ist auch irgendwo ein Enderman, hab ich gerade gehört. Ich bin nur Zombie. Ja. Gold brauchen wir ja nicht mehr, ne? Nee, nee, hab ich glaub' ich mehr als genug. Alles klar. Oh. Ich kann ja meinen Zuschauern gerade erklären mal, warum ich so farme, wie ich farme. Und zwar, äh, ja, hier, ähm, mach ich dann jedes dritte, weil ich seh ja, wenn ich hier reingehe, seh ich ja den Block. Und den Block seh ich ja, wenn ich hier reingucke. Das heißt, wenn ich jeden zweiten mach, ist das absolut sinnlos. Und hier seh ich dann oben und unten, ob da was ist. Ich hab mir die Technik bei Brahman abgeguckt. Machst du das auch bei jedem dritten oben schlagen, oben wegschlagen, oder wie machst du das? Also ich mach hier, äh, ich lass immer zwei Blöcke Abstand, dann schlag ich rein. Ja genau, aber nur oben. Ja, halt, äh, auf Augenhöhe. Genau. Das ist, glaub ich, auch die effektivste Technik. Das stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, von wem ich die hab. Also ich hab's ja bei Brahman gesehen, bei Varro 3. Mhm. Nee, ich glaub... Fand ich sehr effektiv. Ich glaub, ich hatte die schon vorher. Boah, das darf ja nicht wahr sein. Nee, echt nicht. Gleich hab ich wieder eine ganze Spielzeit mehr verhauen. Aber ich guck jetzt auch mal ein bisschen bei Redstone in der Nähe. Vielleicht gibt's da ein paar Diamanten. Diamant, 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 Diamant. Wir brauchen doch nur noch vier Stück. Dann haben wir schon für acht Minuten fast verbraucht. Es ist aber immer noch keiner da. So, jetzt ist meine Spielzeuge kaputt. Lauf. Boah, wie schwer das ist. Es kann jetzt sein, dass die so versteckt sind. Fählstuch da hinten. Okay. Danke. 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 Hast du Diamanten gefunden? Nein. Danke. Danke. Danke, hast du Diamanten gefunden? ich will sie durchhüpfen der kommt da irgendwie nicht nach du bist ja ein paar blöcke weiter oben genau ich hab die amanten gefunden 2 34 perfekt meine rüstung ist da sogar mehr noch treffen uns irgendwo ja unten beim bei der kiste alles klar sechs stück habe ich noch mal sehr schön oder so jetzt nicht mehr weiter schaff mal sind fünf minuten armee wir können ja laufen das egal wenn wir ausloggen müssen nur gerade ausmeldung und ein jungen doch noch was es ist natürlich nur schnell so um die kisten sollten wir mit holen das sind auch schwerer noch drin Warte, ich schmeiß mal kurz hier noch weg, was man so wegschmeißen kann. Das. 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 So, ich schmeiß jetzt meine Eisenrüstung auch gleich weg. Oh, ne, ja. Papier brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Warte, ich mach mir grad noch Pfeile. Fällt mir da gerade ein. Warte, ich kann dir noch fünf, äh, wenn du willst, fünf, äh, Dings geben. Äh, Feuersteine. Das wär nett. Schmeißst du mir die Karte? Ja. Danke. Bitte. So. Kannst du dann noch ganz geschwind, äh, mir die Prostplatte machen und, äh, den Zaubertisch aufstellen? Warte. Brustplatte. Werdeschön. Danke. Ähm, Zaubertisch. Bitte, gib mir Schutz. Schutz! Yeah! Ach so. Warte, 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 warte. Dann kann ich gleich mal meinen Bogen schnell verzaubern. Mit Stärke 1. Okay. Hab alles. Ach, ähm, warte. Ja, hol du mit und, ähm, dann hol noch die Schwerter und dann hol ich die Kiste mal mit. Alles klar. Dann können wir uns ja jetzt auf den Weg in die Nähter machen. Aha, jetzt haben wir keine geschützte Truhe, äh, ja, da kann ich mit leben. Kennst du den Weg nach draußen? Äh, ich glaube einfach hier lang, oder? Ich baue, ich baue noch ein paar Fackeln ab. Wenn hier wirklich jemand war, dann soll er im Dunkeln sitzen. Warte. Stimmt, da habe ich ja gecheatet. Hier hoch. Da in dem Wasser bin ich ja gekickt worden wegen Heck. Warte mal. Ah, da hinten rüber, oder? Ja. Ja, super. Oh. Jetzt hast du natürlich auch alles Baumaterial weggeschmissen. Ah, ich hab noch. Hä? Wo geht's denn hier allein? Da oben wahrscheinlich. Wir sind von hier gekommen. Ah, da. Okay. Hier war ja unser Ofen. Nehm ich gleich mit. Ja, die Bergbank brauchen wir nicht noch. Nö, eigentlich nicht. Wo ist denn mein... So. Hier müsste auch irgendwo Lava jetzt kommen, oder? Die haben doch klar weggemacht. Ich glaube von hier ist immer gekommen. Achtung, Wasser. Jo. Ah, stimmt. Stimmt. Hier sind wir dann. Hier ist die große Halle. Und dann geh jetzt hier hoch. Warte mal. Jo. Wir haben doch ein bisschen Orientierungssinn. Ein bisschen, ja. Was bei mir eigentlich eine totale, äh... Ja, eigentlich eine negative Eigenschaft ist. Ja, wenn du mit drin stehst, dann geht's nicht. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich hab's gemerkt. Also vielleicht, äh... Warten wir da noch hier drin gerade. Alles klar. Jo. So. So. Ich schlaue uns mal kurz. Im Dunkeln. Jo. Wo ist denn hier? Habe ich so weit zugebaut. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Bei mir hängt's. Das ist Tag hell. Ja, ich seh's grad. In 50 Sekunden werden wir gekickt. Dann gehen wir kurz mal hier runter. 9, 8. Perfekt. Ja. Und dann geht's nächste Folge... In den Eta. In den Eta. Hoffen wir, dass dann auch keiner da ist. So. Gekickt. Super, dass du die Dias gefunden hast. Ja. Ich freu mich auch. Bei mir, äh, hängt gerade das Spiel, wenn ich das richtig sehe. Ehrlich? Ja. Okay. So, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.